Philipp Lahm, dein kongenialer Partner, auf rechts wird aufhören im Sommer. Wie weh tut das? Kannst du nicht überreden? Nein, das leider nicht. Philipp ist ein Typ, glaube ich, wenn er seine Entscheidungen trifft, dann macht er das auch so und zieht das auch so durch. Das hat er auch bei der Nationalmannschaft gemacht und ich muss sagen, ich finde das einfach super, wie er das macht. Ja, das ist ein großes Respekt und ja, dann musst du das auch akzeptieren, seine Entscheidungen und natürlich tut das weh. Ich meine, wir haben viele gute Spieler und ich liebe Rafinha, ich liebe auch Josh zum Beispiel, wenn er das spielt, aber mit Philipp ist natürlich schon acht Jahre lang und das hat immer so gut funktioniert, so gut geklappt und ich bin da schon traurig, dass er aufhört, weil ich will ihm das schon vermissen. Eine große Karriere. Ja, Wahnsinn. Eine riesengroße Karriere, er hat alles gewonnen, was er gewinnen kann mit der Nationalmannschaft, der Weltmeister hat der Champions League gewonnen, er hat so viele Titel hier geholt bei Bayern. Er ist natürlich über so viele Jahre schon Kapitän, ein richtiger Vorbild auch hier im Verein und ja, nur Lob für ihn. Trotzdem muss den Fans nicht Angst und Bange sein, auch im Blick auf die nächste Saison, auch wenn Alonso aufhört, auch wenn ein Lahm aufhört. Die Mannschaft ist immer noch gut. Natürlich, wir haben noch immer gute Spiele und wir haben so viel Qualität im Kader und auch junge Spiele, die sich noch weiterentwickeln können und man muss immer abwarten. Im Fußball weiß man nie, hoffentlich gehen nicht noch mehr Spiele weg natürlich und andererseits natürlich, ja, vielleicht kommt noch wieder ein neues Spieler dazu, aber dafür habe ich das größte Vertrauen in unsere Leute im Verein, die wissen schon, was gut ist für den Verein und was die Mannschaft braucht und das werden wir abwarten. Ein kurzer Blick noch in die Zukunft. Du bist jetzt 33, wirkt aber nicht so. Ich habe dich in Madrid beobachtet in der Verlängerung. Du hast einen Sprint nach dem anderen noch angezogen. Unglaublich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass du in einem Jahr aufs Fußball zu spielen. Nein, ich war dasselbe auch vielleicht ein bisschen überrascht, auch in Madrid. Ich könnte noch immer gehen, auch in der Verlängerung und das ist natürlich mit 33 Jahren nicht schlecht. Aber ich mache auch viel dafür. Ich mache meine Arbeit hier, ich mache meine Stunden mit Physio, in allen Bereichen versuche ich immer das Optimale wieder rauszuholen und immer fit zu bleiben. Ich hatte natürlich diese Saison am Anfang, ich bin natürlich zurückgekommen von einer Verletzung und da habe ich sofort eine draufbekommen. Aber danach ist alles eigentlich gut gelaufen und vor allem kurz vor der Winterpause und dann nach der Winterpause, ich habe kein Holz hier. Aber alles läuft gut und ich fühle mich jetzt gut, fit und stark und das hoffe ich jetzt bis zum Ende durchzuziehen und dann sieht es gut aus und dann können wir hoffentlich nächste Saison auch wieder frisch anfangen. Wie sieht es zu Hause aus, Arjen? Sieht man dich da auch mal entspannt auf der Couch? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Ja, schon. Ich meine, das ist hier auch. Manchmal ist es auch hier entspannt, aber es ist halt so, wenn ich, ich weiß nicht, wenn ich trainiere, wenn ich spiele, das ist 100 Prozent und das ist bei mir im Charakter drin und ich bin auch davon überzeugt, dass auch in meiner Jugend, ich meine, Talent ist eins, aber ich glaube, du brauchst die richtige Mentalität und wo ich jetzt bin und was ich alles erreicht habe in meiner Karriere, ich glaube, das hat viel damit zu tun, dass du immer Vollgas gibst und immer versuchen, dich zu verbessern und das Optimale rauszuholen. Was ist für dich die beste Entspannung? Einfach zu Hause sein, ja, einfach zu Hause sein mit meiner Familie, mit meinen Kindern und dann kann ich abschalten und dann, ja, dann ist es halt, versuche ich halt, dann ist es nicht Fußball, aber natürlich manchmal nimmst du es auch mit nach Hause, vor allem in so wichtige Phasen oder wenn es mal nicht läuft oder eine Enttäuschung oder was auch, aber ja, wie gesagt, ich versuche schon, wenn ich zu Hause bin, da zu entspannen, ja. Arjen Robben, vielen Dank fürs Kommen. WDR 2020 WDR 2020 WDR 2019 WDR 2020 WDR 2020 Bis zum nächsten Mal.